Ja, und weiter geht's mit Saints Row Get Out Of Hell Replay, also bis zu einer ganz bestimmten Stelle. Danach wird es komplett blind. Oh, was haben wir denn da? Arschloch! Okay, was? War das? Okay, Aufgabenlog, rüste dich aus, Loyalität, Flatt. Okay, verbünde dich mit den Zwillingen, mach ich mal eben. Das war die Mission, wo ich aufgehört hatte. So. Weiter geht's und so. Und da haben wir wieder ein paar Seelen. Oh! Ey! Das gibt's doch nicht, ey. Also. Ui! Bin ich beinahe gegen eine Ampel geflogen. Okay. Da vorne sind sie. Da vorne sind sie. Kein neufchen Schwester. Pfff. Wir stehen in einem Parking Garage. Ich mag es auch nicht, aber Centerval gibt uns nicht viele Optionen. Ich kann es nicht glauben, dass sie uns ausprobieren. Ich kann es nicht glauben, dass du die Mimosas vergisst. Ich glaube, dass wir größeres Probleme haben. Ich glaube, dass ihr nicht mehr wissen, wie viel ich liebe die Mimosas. Bayola, danke Gott, dass du... Wie kennst du, Viola? Wir sind unsere Dämonen. Ich bin ihre Dämonin. Jetzt müssen wir territorial sein. Wir können alle zusammen. Ich bin nicht meine Dämonin mit euch. Ich bin nicht mit euch, ihr dämlichen Dämonen. Was hast du gesagt? Let's go! Keine Macht den Dämonen. Ach. Uuuuund auf der Gebaden. Und auf der. Komm, 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 komm. Ey. So. Oh, was kommt denn da auf mich zu? Komm, 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 komm. муnda. Komm, komm fortunate. Komm, 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 komm zurück. Ey. haha put the damon down put the damon down haha auch wie süß die bringt sich selbst schon rum fällt ein zamm-dämon fällt ein dämon der auf die füße eines hui nun komm schon du weißt es ist wirklich wichtig für mich dass ihr beide zusammenkommen können wir darüber sprechen klassische Kiki, immer auf die füße klassische Kiki, ich habe dich nie kennengelernt ich weiß alles über dich sie wächst auf dich, ich versuche es großartig oh guck mal dann fängt weg einer die waffe will ich haben gib mir die waffe warte mal kann ich ihn nehmen na nein Herr Neub von Trickpoint aus Laden starten oh man so weg mit dir Jetzt habe ich die ganze Mission noch mal, weil so ein Dämon mich umbringen musste. So, weg mit euch. Ich bin ziemlich sauer auf euch. Stinkend sauer. So, weg mit dir. Wo ist noch einer? Ach, da hat sich gerade ein Dämon selbst ausgeschaltet. Kommt. Noch ein bisschen. Schon haben wir wieder zwei weniger. Haha. Warte mal, dann nehmen wir mal die Waffe mal hin. Ey. Das war meiner. Kiki oder Viola. Wo seid ihr? Ja. Ich will die Waffe haben. Gib mir die Waffe. Komm schon. Danke. 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 Ja. Ja. Oh, bist du gleich tot? Und wieder einer weniger. Und das waren sie. Nachdem sie in der Hölle wieder zueinander gefunden haben, vergoldeten Kiki und my older waren keine Zeit und begannen mit zuvor ihre Geschäfte machen. Der Volk, der die Winterschwester und gefiel den anderen Machthabern in der Hölle jedoch gar nicht. Daher wurden die Operationen der Schlössern sofort angegriffen, wodurch sie zur Flucht gezwungen wurden. Schon bald fanden die Zwillinge sich in eine Situation wieder, in der sie Angebote annahmen. Letzten Endes war es besser, ein Fünftel von etwas zu besitzen, anstatt tot zu sein. Ah ja. Du hast uns geholfen, jetzt lass uns geholfen. Hier ist etwas, was von einer anderen Gruppe der Schäfte gemacht hat. Die Gorgons. Was ist zu Gorgon? Kann ich jetzt schnell... Blast mit Arkan? Schlag kannst du in eine Energie auf deine Feinde schießen. Element zu Stein. Verwandle das Fleisch deiner Gegner in Stein. Dadurch scheiden sie nicht nur aus dem Kampf aus, sondern gehen auch noch fanatische... Ach, fantastische Gartenzwerge ab. Okay. Mini-Spiel gibt Panzer. Erobere die Panzerwagen von Sinterpol zurück für Cerberus, San Securities und die Zwillinge. Statt für die Wettbewerbsinvitation. Okay. Da gab es noch einen, den wir auf unsere Seite ziehen mussten. Lollalität. Mach eine Pause. Ah, okay. Dann machen wir das mal. Gute, увер und doch mal. Schnell dich auf dass er so viele neue Freunde verraten? Du wirst immer wachsen, als eine Person. Es ist hart. Du musst eine Pause. Du wirst dir das. Ich muss keine Pause. Wiss man kann dir eine Ausbildung für ein Arme mit Heuer? Ja. Ja, ich kann. Okay. Und hier sind die Slums. Nimm Platz. Und jetzt? Eine neue Waffe. So. Machen wir jetzt noch die Mission. Und dann zeige ich dir die Basis. Das ist wirklich liberatend. Hoho. Never ending. Bida du. Di da di du. La di da di da di du. La di da di du. I wonder if this means I'm dead. I mean. You'll beg for me to kill you. Hallo. Bekanntheit löschen. Verbessern. Haben wir die Mission auch geschafft. Spending Machines in Hell haben Weapons. Hell wird immer besser und besser. So. Nächste Mission. Noch schnell. Bevor ich die... Machen wir Blackbeard. Ich will alles so nachspielen wie ich es gespielt habe. Oh. Oh. Okay. Oh. Was war denn das denn mal für eine Kreatur. Hölle. Wie. Und da. Muss ich mal kurz hier landen. So, einmal hier lang. Okay, mach mal die Mission noch schnell. Let's summon me favorite scurvy-riddled Hellion, the Imp. Why don't you start off by summoning an Imp to take out those enemies? There you go, mate. Now take down the other demon. Weg mit euch. Those ankle biters are vicious. Now let's practice your aim. Take down the demons on the island. Und weg mit ihm. Na, ist doch einfach. Few things are as rewarding as pressing someone into service, am I right? Now get going! There's a whole wide world waiting to be plundered. Huh, das war ja ne einfache Mission. Noch. Okay, sammle im Ötland drei Glyphen. Men like Blackbeard are the best to work with. You always know what they're looking for. So. Huh? Ah, keine Lust hinein zu sammeln. So, einmal kurz hier ablegen. Und, weiter geht's. Let's see what these things can do. So. The Baroness were only in the place, desolate enough to allow me to build the Queen Anne's Revenge in peace. Before I discovered the Baroness, all of my efforts would be overrun by people looking to cause me harm. I was happy with people forgetting I exist. But motherfuckers always got to bring up the past. Worth the wasteland they would have to traverse. So. Now we are here. Yeah. If I want to open it. I got words for Blackbeard. This island has a treasure chest hidden on it. What's in the chest? I don't know. I'm not a fucking pirate. What I do know is that if you want to get that thing open. You have to find three corresponding Glyphs. Look on the right side. Nothing is trying to kill you. Okay. Sammeln wir noch die drei Glyphen ein. Eine Glyph is here. Oh look. The Bedard algorithm. The Pedestiner. Und die anderen band sich auch. I should find them all in no time. Oh. 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 Beim ersten Mal da hatte ich die... Dumme und dämmige nicht gesucht. Oh. 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 will ich die Aufnahme hier beenden. Also bis zum... Ach. Na gut, ich werde hier die Aufnahme erstmal beenden. Also bis zum nächsten Mal, euer DJ Paul Jim bei Saints Row Get Out Of Hell.